Hi, hier ist wieder Jasmina. Ich bin hier heute beim Auftakt der 05er Rheinkultur, hier beim Hofgut Weyer. Im Mittelpunkt steht heute natürlich das hier, unser neues Heimtrikot. Ich würde sagen, kommt doch einfach mal mit, wir schauen uns das mal näher an. Das passt 100 Prozent zusammen. Also Mainz 05, die Mainzer Lebensart, die rhein-hessische Lebensart, der Wein, das vereinigt sich alles auf diesen Hoffesten. Während der Spiele ohne Zuschauer haben wir schon festgestellt, dass uns Zuschauer-Fans elementar fehlen. Und über diese Hoffeste, über diese gesamten Events jetzt im Sommer, versuchen wir den Fans natürlich so ein bisschen die Nähe wieder zu bieten. Generell merkt man, glaube ich, den Leuten schon an, wir sind einfach froh, dass wieder ein bisschen was passiert rund um Mainz 05. Mainz 05 ist eine Familie und dass so ein Fest stattfindet, ist ja nicht das Einzige, es kommt ja noch welche dazu. Das ist natürlich für unseren Verein, für die Fans toll. Ein großes Thema heute war natürlich auch hier unser Outfit, das neue Heimtrikot. Was sagst du denn dazu? Ja, gefällt mir sehr gut. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist gelungen. Es ist, glaube ich, sehr einzigartig geworden mit unserem neuen Corporate Design. Es ist wieder ein besonderes Highlight zu Beginn einer Saison, dieses Trikot. Auch für mich war es eine große Ehre, dieses Trikot präsentieren zu dürfen. Das war es vom ersten Hoffest der 05er Rheinkultur-Reihe. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Die Leute hatten Spaß, das neue Heimtrikot kommt gut an und die nächsten Wochen, die werden auch sehr spannend. Und zwar stellen wir natürlich auch noch die anderen Trikots vor, Trainingsauftakt und es gibt natürlich noch weitere Hoffest und andere Events. Da könnt ihr euch auf der Website näher drüber informieren. Ich kann es euch nur empfehlen. Bis dann. Bis dann.